Das wäre jetzt echt schön, wenn es weiter geht! Tja, dann würde ich mal sagen... Hallo und herzlich willkommen zu einer breiten Ausgabe von Overwatch! Ich bin wieder euer Avenger und ich habe heute den... ...mich dabei! Ja, denn ich mag Milch, Endbox Salatose, sucht euch was aus! Der ist auf jeden Fall live mit dabei! Und ja, wir spielen den Brawler Woche! Und in Farbe! Was für ein Ding? Live und in Farbe! Ja, live und in Farbe! Obwohl man den Soldier gerade in Schwarz-Weiß sieht und Junker Dough! Nein, 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 nein! Das ist alles Farbe! Alles Farbe? Ja! Jetzt ist Farbe! Lass sich immer was Neues einfallen! Alter, mit Soldier das ist ja immer mega! Ja! Mit Soldier ist die Ulti auch richtig cool! Mit Older! Soldier fühlt sich die Ulti richtig mächtig an! Boah! Alter, geht da ab! Das ist ja Wahnsinn! Ohohohohoho! Hö, da kommt kein' keiner! Doch da hinten! Ja, das kann bisschen dauern! Ach, von da kommen die diesmal! wow alter what the fuck die meisten also die meisten diese kleinen bückelnden dinger hier die greifen nicht nicht an aber diese großen blauen die greifen nicht 100 prozent an wenn ich kann mit irgendeinem anderen beschäftigt sind wie das bei der oben alle spitzenmäßig ein hallo mit wo mit kohle für die männern die märkte noch proben weiter ab hast du nicht gleich feier dort wird er wirklich den der so ein bisschen aussieht wie kohle für die groß ganz genau bämm 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 wenn es so ein bisschen stahl ist es schwer ist bei diesen jetzt hier ein headshot zu machen bei märz mccree ist das extrem schwer finde ich ja wohl bei mccree eigentlich auf headshots angewiesen bist ja oh jesus zum glück geht hier echt nie die munition aus ja naja ansonsten könnte ich mir auch so ein paar gute munitionspackspots hier vorstellen ich bin mitten in der ulz das wäre jetzt echt schön wenn es weiter geht wir sind wir sind wir sind der seelen ernte haferflucht ein willenloser gegner der wilden der schuss des revolverhelden fand sein ziel und der seelen ernte wurde verliebt okay ich hab gerade den seelen ernte geinstant tickelt also ja war schon relativ easy der seelen ernte ist ein ernst zu nehmender gegner wieso habe ich mir gerade gewonnen hätte ja sobald dann hier halt der 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 dunkelsteins monster kommt ne würde ich ja ja die empfehlen weil der echt extrem schwer ohne die ulz zu machen das hat noch durchgekommen kann sich da hinten mal der einzige der keine ulz hat ist einer der einzige der keine ulz hat ist einer hm jetzt kommt jankenstein's minster ja soll doch mal kommen das ist so geil ja ich hab jetzt auch und voll nein nein voll die rockets verfehlt alle das gibt es doch nicht vor das hat jetzt wahrscheinlich das tor ganz schön was ja oben hat eine anzeige ja noch geht es ja das könnte echt sein dass wenn die weiterhin so fehlen alter dann ja das problem das problem ist das problem ist halt der hand so also also ist in jedem spiel gerade das problem ja gut ich fand eigentlich war gar nicht so schlecht mit Hans und unternehmen so vorhin natürlich wenn man wenn man ihn gut spielt dann ist da auch nicht schlecht aber es gibt halt Leute die und jetzt kommt da gerade der ähm wenn man ihn halt nicht so gut spielen können dann wird das halt auch zu einem kleinen problem obwohl er sich gar nicht mal so schlecht jetzt macht ja naja ich sag immer man muss erstmal in Hans und wenn man den am tag noch nicht gespielt hat muss man da erstmal rein ja der seelenernte auch nee ach komm ähm schön ich hab old ähm nä kommen die von beiden Seiten oh nice hast du noch erwischt ja schön Doch zum Entsetzen der Helden war der Seelenärter nicht so leicht zu bezwingen. Der Schuss des Revolverhelden fand sein Ziel. Wie? Was? Schon wieder gewonnen hättet? Alter, was ist denn hier los? Ja und jetzt kriegt die Ult hier. Wo ich sie gar nicht mehr brauche. Aber, die sagen immer, also der Ansager sagt ja hier die ganze Zeit, der Heldenärter würde noch stärker zurückkommen. Äh, wo ich ihn dann jedes Mal One-hitten. Ich meine, okay, es ist meine Ult, aber die braucht halt auch eine Zeit lang. Oh, jetzt werden sie wieder gelebt. Ja. Das macht aber nix. Das macht gar nix. Ich hab grad... Im richtigen Moment Ult. Natürlich, natürlich. So, kommt hier ihr Lappen. Kommt hier ihr Lappen. Na los, kommt hier ihr Lappen. Ihr Lappen, ihr Lappen, ihr Lappen. Komm, du kriegst dein Fett weg, Alter. Freund. Oh, verdammt, das war's schon wieder. Da ist er grad so mitten in seinem Element. So, der Doktor müsste gleich tot sein. Der kriegt hier voll die Headshots oder irgendwie. Ah, jetzt grad nicht. Aber er ist gleich down, er ist gleich down, er ist gleich down und... Komm. Jawoll, weg ist er. So. Die Hex ist auch down. Jetzt fehlt dir nur noch der komische Vogel hier, ne? Ja, nein. Komm, wir schaffen das. Ja, BAM! So muss das. Ne, aber ich muss sagen, die Server laufen auf einmal wieder viel besser als grad eben. Also, grad eben als ich noch mit meinem anderen Kumpel gespielt hab, die Server ging wirklich nicht. Ich bin so über einmal aus dem Spiel rausgeflogen. Ach, jetzt hör auf! Da hat er auch noch's Highlight, ey. Nicht schlecht, Bro. Und ich würde mal sagen, ich hab nicht mal die meisten Kills gemacht. Du mit 135 hast am meisten. Ja. Boah. Ich hab 4 Goldmedaillen. Ich hab 5 Silber. No, 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 no. Elite-Gegner getötet. Okay. Echt jetzt? Wow! Nice de de, nice de de. Schaffen wir noch eins, ey? Ja. Einmal aus 10 Minuten. Auf geht's! Mal gucken, wen ich jetzt nehmen darf. Oh my god. Oh my god. Ja, also ich werd' nicht nochmal, äh. Äh. Werd' nicht nochmal McQueen nehmen. Okay. Ich bin zwar kleiner McQueen Main, aber... Irgendwann wird er langweilig, wenn man den zu oft spielt. Ja, dann lass mich den mal spielen. Ja, ja. Wenn dir den nicht wieder jemand vor der Nase wegschnappt. Ja, werden wir sehen. Werd' ich diesmal Sauger spielen. Weil Hanzo hab' ich hier schon oft genug gespielt, also ich hab' dreimal bevor du gekommen bist gespielt. Ja, mit Hanzo vorhin, das ging echt gut. Erstaunlich, Hanzo. Ja. Ich bin halt so, meine Hand verkrampft übelst, wenn ich Hanzo spiele, weil ich denke, ich könnte jede Sekunde aus Versehen loslassen und dann fliegt mein Pfeil im falschen Moment an den falschen Ort und dann... Ja. Nicht schlecht, hey. Nicht schlecht. Na gut, dann... Hast du schon Suche gestartet oder so? Brawl about Home? Achso, wir haben... Wär ganz cool. Ja, doch. Alter, wie geil. Nee... Ich bin's eigentlich gewöhnt, immer die Spiele zu starten. Aber jetzt hat mein Kumpel die Spiele immer gestartet und deswegen war ich jetzt ungewöhnt. Das machte nix, machte nix. Hauptsache, wir spielen irgendwas. Weil es war echt hart. Die ganze Zeit. Weil er versucht, Dead by Day hat oft zu nehmen, dann funktioniert das eine nicht, dann funktioniert das andere nicht, dann werde ich aus der Gruppe rausgehauen, hier ist Ma und irgendwas ist ja immer. Ja. Und jetzt... Leider Kumpels. Auf geht's. Ja, ich hab'n! So, und jetzt kack' ich... Jetzt kack' ich bestimmt total ab mit dem. Ich traf' nichts mehr. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ähm, das äh... Mit Soldier ist es richtig geil zu spielen. Hab' ich schon gespielt, also... Ja, Game Horizon schaut jetzt zu. Okay. Game Horizon? Ja, ich soll doch mal zuschauen, ne? Ja, lass mal ihn mal. Ja, lass mal ihn mal. Alter, okay. Mal eben einfach mal nichts getroffen. Wie gesagt. Jawoll. Ach, jetzt sind wir alle drei hier oben, oder was? Ey, was ist mit euch los hier vollziehen? Ja, wir müssen uns aufteilen, ey. Die Anna kann ja mal weggehen, die ist äh... Fernkampf-Ding. Das geht so gar nicht. Alter, alter. Ja, gut. Alles klar. Bro, was ist hier los grad? Hm. Oh Gott. Meine Katzen hämmern an meine Tür. Dabei haben die gerade eben erst was zu fressen bekommen. Hm. Ich glaube, ich muss doch mit McCree in den Nahkampf gehen. Das hat sogar keinen Wert. Entschuldige Was? Boah ey, dieses Rad. Entsch MCUayUti. alter habe ich schon so lange nicht mehr mit mir gezockt alter dass er generell lange nicht mehr richtig das ist eine sache verdammt was festgemacht stunde hat geschlafen nein oh mein gott wieso denn jetzt was soll denn nicht kurz bevor der hier spawnt er das kannst du machen jawohl wenn man muss ich auch mal was sinnvolles machen hier mit mcquill mein gott ich finde es aber echt cool wie das vor allem du musst dir mal vorstellen wie lange das wirklich gedauert haben muss vor allem mussten wir eichenwalde umgestalten bisschen also ich finde es geil blizzard gibt sich echt jedes mal wieder mühe und ich finde es echt krass also das ist das mit mit orangen überhaupt nicht vergleichen mit die das ist echt hammer das ist echter hammer ja ich muss aber auch sagen ich finde jetzt einfach so die machen aus einem spiel 50 ja so ungefähr da hat mir gerade der hansu den arsch gerettet ich finde schön wie wir einfach positionswechsel gemacht haben ist doch nicht schlecht boah alter headshot gemacht und trotzdem so gut wie kein schaden ja die fiecher haben echt viel hp ist mir aufgefallen naja ich habe vorhin die ganze zeit normal gespielt und es ist noch schlimmer wenn die die alle wiederbelebt ah er lebt also Oh, ich brauche das. Ich räume gerade so gut auf, schön, mehr, mehr, ihr Ratten, als Herr mit euch, du rennst hier rum, als gäbe es keinen Morgen. Ja, ich muss gar nicht wissen. Naja, würde es auch nicht geben, wenn wir das hier verkacken würden, ne? Zumindest für uns. Hallo, Junkenstein. Ich bin die Pause ein bisschen zu kurz, um elf zu sein. Zwischen den Kämpfen. Dr. Junkenstein ist der Schutz der Nacht, kehrte der Siedenärter zurück. Jawohl. Nice. Das läuft doch echt gut. Na. Alter, ne, oder? Ey, weißt du, wie viele Knöpfe ich... Ne, weißt du, wie viele Knöpfe ich gerade gedrückt habe, um... Dings zu finden, hier, Nahkampfangriff. Wie viele? Ich glaube, ich habe fünfmal gedrückt oder so. Ach, toll. Wahnsinn. Jawohl, weg. Die Stunde hat geschlafen. Oh, schon wieder. Es ist, als hätte er nichts Besseres zu sein, die ganze Zeit hier aufzutauchen. Irgendwann muss er doch merken, dass er... Oh, ja, schön. 129 getötete Zomniks. Weile Scheiße. Mann, wie oft so ein Typ an mir vorbeirennt und ich es einfach mal nicht peilen ist. Oha. Oh, mitten im Ult, alter. Mitten im Ult. Fuck it. Wir müssen die Hexe holen. Ich... Ja, die Hexe ist down. Ich bin schon fast tot, Alter. Die Stunde hat geschlafen. Nein, nein, nein. Mit einem Schuss aus seinen Revolver erlegte der Revolverhild das Monster mit einem Lex... Nice. Jesus. Jesus, der Drache, das dich noch geholt hat. Ohohoho, wie geil. Oh, Erfolg. 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 Die Glo reichen vier. Ich finde es geil, dass die Story einfach mal Reinhard erzählt. Ja. Best Brawl ever. Ja, da hat er recht. Ja, nee, das Lucio Ball war auch geil. Ja, ich fand beides gleich geil irgendwie. Das ist eigentlich so eine Art Zombie-Mode von Call of Duty, wenn man mal jetzt mal ganz ehrlich ist. Oder nicht? Ja, na, wie heißt's, ähm, man, was ist Maschinen aus? Comfortus 2. Hm, hm, hm. Alte Suede. Verbindlichsten Dank. Du hast schon wieder mehr Punkte wie ich. Ich hab schon wieder meine, äh, just you get killed. Und ich hab schon wieder vier Goldmedaillen. Ich hab drei Silber und eine Bronze. Ja, ja, gut. Kann man nichts machen, kann man nichts machen. Tja, ich würde mal sagen, ich beende hier, äh, die Aufnahme und ich hoffe, es hat euch gefallen. Alter, nice as Kind. Ähm, Schweden-Bercy, geil. Finde ich cool. Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, wie ihr den neuen Brawl der Woche oder Brawl des Monats, keine Ahnung wie lange das geht, äh, findet und... Das 1. November. Cool. Danke. Jetzt hab ich total Faden verloren. Total Faden verloren. Gern geschehen. Das hab ich gerne. Ja. Ich verwirre gerne Leute. Ja, wie schon gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's sich gut, macht's besser. Ja, und ich würde sagen, hast du auch noch was zu sagen? Nicht unbedingt, ich, ciao. Ja. Macht's gut, bis dahin. Servus.